Kim, Jasmin Minz, bietet Justus, Matthias Brüggenolte, kämpferisch die Stirn. Kim kontert Bens Warnung. Daniela nimmt Simone ihre Fragerei übel. Ben befürchtet, dass sein Vater Richard recht haben könnte und warnt Kim davor, sich instrumentalisieren zu lassen, doch die kontert den Vorwurf. Imani bekommt Mitgefühl mit der von allen Angefeindeten Isabelle und will sich ihr annähern, was Isabelles Misstrauen weckt. Daniela kann Simone während ihres spontanen Ausfluges die Fragen zu Hanna nicht wirklich nachsehen. Ben, Jörg Rode, M., befürchtet, dass Richards Warnung bezüglich Kilians, Mark Dumitru, Einfluss auf Kim, Jasmin Minz, doch begründet sein könnte. Kim, Jasmin Minz, weiß nicht mehr, wem sie trauen soll. Kim, Jasmin Minz, weiß nicht mehr, wem sie trauen soll. Kim, Jasmin Minz, weiß nicht mehr, wem sie trauen soll.